Das bin ich. Und das ist meine Familie. Glass, meine Mom und meine Sister Diane. Und das sind andere Familien und ihre Leben, an die sich Glass unter gar keinen Umständen anpassen will. Hey Diane, was ist denn mit der los? Nix. Wir kriegen übrigens einen Neun in die Klasse. Hübsch sein. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Und was habe ich gesagt? Die Mitte der Welt, wo ist die? Die ist für jeden woanders, je nachdem wo man steht. Mache ich mich unbeliebt, wenn ich frage, ob man wirklich von Liebe sprechen kann, wenn man gerade einmal gefügelt hat? Der gute Geschmack hast du definitiv von mir. Bleibt jetzt für immer bei uns. Mein Sohn, Michael. Der soll sich mal nicht so große Hoffnungen machen. Und wird ja doch wieder nur abserviert. Was habe ich falsch gemacht? Wie viel Zeit hast du? Glass hat alle mal vertrieben. Jedes Mal waren wir wieder alleine. Wir lassen uns nicht froh schreiben, wenn wir zu leben haben. Ich brauche euch beide. Ich kann dich nicht teilen. Phil! Ich laufe nicht weg. Du fragst jetzt schnell, was du wissen willst. Und ich werde antworten. Wie heißt unser Vater? Nächste Frage. Wo wohnt er? Und alles fängt ja gut an. Dann warte. Musik Vier ist Künstler, ist Künstler, ist Künstler. Vielen Dank.